Er kann es kaum erwarten mit seinem Namen. Ja, er kann es kaum erwarten. Er will es selber machen. So, also wunderbar. Er will es unbedingt selber machen. Er ist aber zu leicht, glaube ich, um den Kürbis zu zertreten. Da muss die Mutter helfen, damit wir den Namen kriegen. So, jetzt. Jetzt sieht es gut aus. Jetzt hat es gekracht. Lass mich mal kurz warten. So, jetzt schauen wir mal. Das sieht gut aus. Wunderbar. Jetzt müsste der Notar noch kommen. Mit dem Koffer und der Sonnenbrille. So, was haben wir denn? Ah, hier. So rum? Das ist der Anfang, ja. Sehr schön. Und es ist das Herbstkind Akito. Akito, der Herbstliche, das Herbstkind.